Hi Leute, ich begrüße euch. Ich stehe gerade hier ein bisschen im Stau, im Morgengrauen. Ich bin gerade auf dem Weg zu Enrico. Wir wollen ein neues Video machen. Mit seinem Fokus S hat sich ein bisschen was getan, aber ich will nicht zu viel verraten. Das werdet ihr dann alle sehen im Video. Und da ich hier gerade im Stau stehe, dachte ich mir, ich nutze mal die sinnlose Zeit sinnvoll und erzähle euch mal ein bisschen, warum ich was mache, wie ich was mache. Erstmal zur Info, das ist meine Winterhure hier, also nicht mein Ersfahrzeug. Das werde ich mir noch kaufen. Dazu kommt dann auch noch wieder ein neues Video. Und dann wird es dann wahrscheinlich auch richtig losgehen mit Videos. Wenn ich mein eigenes Fahrzeug habe, dann werde ich auch richtig Bock haben, noch mehr Videos zu machen und viel mehr Videos. Jetzt kommt die Frage, warum mache ich überhaupt Videos? Ich habe einfach Bock drauf, weil ich bin so ein Junge, ich habe Benzin im Blut. Seit meinem ungefähr 20. Lebensjahr fahre ich, kann man sagen, Sportautos. Ja, und deswegen habe ich einfach Lust drauf. Das ist meine Leidenschaft. Mir macht es einfach mega Spaß. Und mittlerweile bin ich an den Punkt gekommen, ich habe Lust, was abzugeben von der Intention, von der Leidenschaft und andere damit eine Freude zu bereiten. Weil ich kann mich erinnern, früher war ich auch, war ich vom Internet, ja, und habe dann, ich habe, als Erstwagen habe ich ein Peugeot 206 gefahren, 75 PS. 1,4 Liter war mein Erstwagen. Da habe ich auch Tuning reingesteckt, das war so sinnlos. Eine dicke Hi-Fi-Anlage, Felgen, Scheinwerfer, hat man nicht gesehen. Hier so Chromteile, das war so richtig noch so, so kindisches Tuning, ATU, Ebay-Tuning, ne. Aber aus Fehlern lernt man. Und da das halt mein Erstwagen war, und ich finde, man hängt immer so am Erstwagen, habe ich dann irgendwann bin ich auf den Peugeot 206 RC 180 gekommen. Das ist ein 2 Liter Saugermotor, hat knapp 177 PS. Und da ist alles viel schöner, ja. Der ist super sportlich, das Fahrwerk wurde modifiziert. Der 2 Liter Saugermotor ist richtig spritzig, weil der Peugeot 206, der wiegt einfach mal fast gar nichts, ne. 1100 Kilo, wenn überhaupt. Also das ging richtig gut zur Sache. Und die Ausstattung war viel schöner. Alles war Alcantara, schöne Sportsitze von Recaro mit Sitzheizung, etc. Also auch so ein bisschen Ausstattung und alles. Und da habe ich ganz lange drauf hingespart, weil den habe ich mir gegönnt, als ich noch Azubi war. War dann nebenbei noch arbeiten. Und muss dann echt lange sparen, ne. Habe jeden Cent zusammen gekrammelt, bis ich mir dann meinen ersten kleinen Traum erfüllen konnte. Und da habe ich auch immer, solange ich gespart habe, habe ich immer nach Videos gesucht, zum Beispiel. Peugeot 206, RC, hast du nicht gesehen, ne. Soundcheck, bla 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 und sowas, ne. Und da ist mir aufgefallen, da fehlt ein bisschen was, ja. Also es gibt, man könnte viel mehr geile Videos haben, machen. Damit man so Leute, die so Autos suchen, auch darauf hinspart, ja. Damit man die noch mehr dazu, damit man die mit mehr Informationen futtern kann, ja. Weil die können es zu dem Zeitpunkt gerade nicht leisten oder sonst irgendwas, ja. Aber wollen mehr von dem Auto erfahren. Oder es geht ja schlecht, man kann sich ja schlecht so ein Auto ausleiten oder sonst irgendwas mal eben, ja. Und deswegen finde ich sowas ganz cool. Ja. Ja, das war mein erstes Sportauto, sag ich mal, der Peugeot 206 RC. Danach habe ich gemerkt, das war leider zu schnell, zu wenig Leistung, der war super, der, sonst war der echt super. Das Design hat mir super gefallen, der war unauffällig, ja. Ich habe sehr viele Autos abgezogen. Selten eine Klatsche bekommen, aber wo ich immer eine Klatsche fast bekommen habe, war gegen Turbo aufgeladene Motoren, ja. Keine Chance. Zwei Liter, Turbo aufgeladen, 250, 270 PS, zum Beispiel Astra H, OPC oder sonst irgendwas, ja. Gar keine Chance, das kommst du gar nicht mehr hinterher. Die Max-Geschwindigkeit von Mercedes war auch 230 kmh. Also war eher sowas für kurze Beschleunigungswerte, aber so auf lange Strecke und so eigentlich nie eine Chance. Und da habe ich mir gedacht, da muss was Schnelleres, ja. Und dann habe ich wieder gespart, habe den der CW gut verkauft, habe wieder gespart und habe mir dann den Seat Leon Cupra 1B geholt. Mit zwei Liter Turbomotor, mit K04 Turbo. Die Leute, die ein bisschen Ahnung haben, denen sagt das was, das ist der größere Turbo. Die Golf 5 GTEs haben zum Beispiel noch den K03 drin, die kommen maximal auf 260, 270 PS ungefähr. Dann habe ich mir einen Cupra geholt mit Softwareoptimierung bereits und alles, dass ich da kein Geld investieren muss und sowas, ne. Der hatte 330 PS. So. Und der, da bin ich auf Leistung gegangen. Ich wollte unbedingt Leistung haben, deswegen hatte der weniger Ausstattung. Weil wenn man auf Leistung und Ausstattung geht, dann kann man sich das kaum leisten, ja. Die Autos werden dann immer teurer, zum Beispiel. Facelift, Vollleder, Navi, etc., ja. Volle Hütte und dann noch Leistung und dann wird es richtig teuer. Ja, ich muss halt ein bisschen Abstriche machen, weil ich muss dafür selber arbeiten gehen und alles. Mir wurde nichts geschenkt. Deswegen wollte ich lieber Leistung haben erstmal. Und der, der war spitze, ja. Damit habe ich Autos versäbelt, also habe ich überall mitgehalten. Da habe ich wirklich kaum noch, überhaupt kaum noch eine Klatsche bekommen. Fast alles abgezogen, das war richtig geil. Ja, und irgendwann, aber was stinklangweilig für mich wurde, war der 2 Liter T für das E-Motor, ja. Kein Auspuffknallen, ja. Außer man macht Schubabknallungen, Schubknallen, gut reinprogrammieren zum Beispiel. Ja, der knallt nicht von alleine. Da kommt kein Feuer raus, ja. Das ist alles nichts für mich. Und ich brauche, wenn ich auf das Gas trete, muss hinten richtig was rauskommen. Da muss Resonanz geben und Emotionen gegeben, ne. Ja, und deswegen habe ich den auch wieder gut verkauft und habe jetzt nochmal ganz lange gespart. Und werde mir dann wieder einen Traum erfüllen und das finde ich schon Wahnsinn. Wie ich das geschafft habe und da kann ich auch stolz auf mich sein. Aber dazu wird noch ein Video kommen. Ich kann jetzt gar nicht so weit auszuholen, wenn euch irgendwas interessiert oder wenn ihr auf irgendein Thema näher eingehen wollt oder Fragen habt oder etc. oder sagt, hey, mach doch mal dazu ein Video oder so und so, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Ich bin für jegliches Feedback offen oder für jegliche Anregung. Und ja, das war so ein kurzes Infovideo. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann unterstützt mich doch bitte. Es kostet euch kein Geld, ein Abo dazulassen, ein Gefällt mir dazulassen oder sonst irgendwas. Im Gegensatz hat es mich Geld gekostet, zum Beispiel eine GoPro anzuschaffen. Ich musste mir einen neuen PC holen. Dann musste ich mir Equipment holen, weil ich habe gemerkt, das erste Video mit Enrico war total scheiße, was den Klang angeht, ja. Ohne externes Mikro geht bei der GoPro überhaupt nichts. Mikrofon geholt, neuen Saugnauf geholt, Stativ geholt, Computer habe ich erwähnt, musste ich neuen holen, ja. Also es waren locker Investitionen von 1000 Euro, die ich mal eben getätigt habe, um Videos zu machen, ja. Ist ja auch vollkommen okay, ich habe ja Bock drauf, deswegen. Aber mich hat es Geld gekostet, ich gebe euch was und da finde ich, es ist nicht schlimm, wenn man ein Abo da lässt oder ein Gefällt mir oder wie auch immer. Wenn ihr mich unterstützt, ist für euch es kostenlos, ne. Ihr guckt die Videos nur an, ihr macht nur einen Klick. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich ein bisschen da unterstützt. Und dann hoffe ich, dass ich euch mit geilen Videos beliefern kann. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, ich werde mir Mühe geben, klar, ich bin auch ganz, ganz, ganz am Anfang. Die Videos waren überhaupt noch nicht gut, aber ich werde mein Bestes geben, dass es besser wird. Und ich bin jetzt da und dann machen wir ein bisschen Videos jetzt mit der Enrico. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und Peace.